... Oh lol hat gerade einer von euch die Kiste aufgemacht? Hä? Was ist das? Oh lol die bei mir stand, ist gerade einfach so aufgegangen ne? Oh lol Geil Alter Fick dich! Wer hat mich geschlagen? Ja krass! Der hat sich schon lieber gemacht! Ich hab's dir wusste! Das ist ein Wichser ne Niklas! Ach du, der Kiste war geil! Ich geh jetzt, mach dich sichtbar und komm her! Niklas, bist du runtergefallen? Ach, wer hat mich entfallen? Ich nicht! Ich geh nicht! Oh, vor Festival! Los! Oh, vor Festival! Ich will überhaupt keinen Fallscharm! Äh! Ach, was warst du? Du! Au! Du bist so ein Mongower! Warte, 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 warte! Ich hab das hinterher! Oh! 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 Ich geh nicht! Oh! 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 Benno! bitte lockt dich aus aber ich probier's mal gleich bin wieder sichtbar äh ich bin nackig nackig ey so schwachs nicht warum setzen sich die Blöcke jetzt umso scheiß hin mann ich möcht's doch gar nicht so haben ich möcht's doch gerade haben ja du meinst die Baumblöcke ja das ist halt muss doch von oben das ist halt jetzt so ja von oben geht das auch nicht alter soja jetzt bau mal ab und setz mal drauf ach so also von oben jetzt ist ja die ok das kann man einfach auf Glas und ähm was setzen kann die Erde darfst du behalten schenk ich dir boah das ist nett das ist es ist ja bei der Lübersgeschenk zu bekommen das Prozent und ich bin mir abgebrannt wie mein Gott war waren ja genau ich habe gern warum ich abtrennen Alter, wenn der Baum nicht abbrennt, dann brennt dich gleich ab. Also muss man Feuerzeug verzaubern mit den Büchern da, auf Flamme. Ja, das bringt's. Ja, hallo? Alter, was nervt mich jetzt. Natürlich. Vielleicht brennen die Gegner ja dann mal an. So, klappt das? Ach, leuchte ich das so. Ach, fuu, nein, ich hab da, oh nein. Alles nochmal neu machen. Schwule, Kacke. Brennt aber auch nicht endgültig. Auch nicht, es. Ja, ich Brazil, so an mimikünstlichen mitzunehmen. Oh, ich Eiỡhle, mögliche, es geht um Dschugel hin. Nur nur ein paar Ballm tonellegeinander, ja mal die Halt werden darf. Gebäude, Fidelовать mehr? Nein das sind nur ein paar Ballm teleurgel glance, obwohl ich meine, Grandje 2024 dividieren. Oh, ich merk schon, das es richtig vertiziert worden. und ich bin er hat sie noch falsch gebaut bis zu blöd oder die kleine Scherz ha fuhr nein nicht schon wieder man hachst Ruhe okay, diesmal uhr Loll ihr habt mich im Dach gebaut ach so hä? was ist das denn da drüben? ach da drüben hab ich das Boah Niklas, ja wir sind voll das LOL OP Team richtig richtig böse die haben jedes Game aufgegeben wirklich richtig krank auf jeden Fall wir hatten einen AFK Typ hier drinnen ja genau Jacks AFK aber nein nicht verloren wir schaffen das ja gut Wayne 22,9 mwah Wayne ist böse jo ne ähm wir hatten wir hatten wir hatten blöde das hat er nicht für eine KD 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 07 ne ne ich glaub er hatte 3 Kills und dann 6 Tode glaub ich boah das sind so ins KD ja das war aber das Spiel mit Morgana da sehr gut wir hatten vorher irgendeine Wayne im Team die war mal richtig nett anstatt mich mit ihrem Hechtsprung macht das doch an die Wand zu schubsen oh ja das war geil nein die hat mich weggeschubst zumalts in Schutz an den Tower das war nett also an meinen Tower ja der hat einen Millimeter leben übel lowlife klar schubst nämlich an den Tower an danke und die haben überlebt ja solche Dummweins gibt's schon die hat mich nicht einmal an irgendeine Mauer gestoßen schwarzen 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 fritzbohrnach muss es jetzt auch noch so gut was es geht ich bin ganz gestern soll vielleicht mal was essen doch mal mein Kopf zocken live oder we live we live achso hey we live schick mal schlauert hier keine Ahnung schick mal bitte Link Niklas äh leider geht nicht ist die Seite dauerne die Säure sind grad dauerne genau für diese Ausrede Niklas ist voll der Nerd Pfff boah so passt das doch schon das blöde ist da ich nicht mehr mit Outer City aufnehme nebenbei kannst die Zeit auch nicht mehr sehen auch egal das wird ne 1 Stunden Folge na ich splitte das dann 4 Parts oder 5 oder 6 naja so wie ich Lust hab 5 Minuten Parts halt dann macht dann ne Woche wieder nischt und lasst so nebenbei alles hochlaufen und dann ja eigentlich Andi du kommst jetzt nicht mehr nach oben çünkü ja stimmt dann geh ich auf den Z gat und sind ihr gearscht pönnt ja alles ab und IC��� hat 比s ja ich war noch mal an dem Back-up und dann ganz ruhig Thank you ich pass auf ja� sondern auf das war ich noch nicht backups mehr machen noch ganz viel voraufnahmen damit uns ja der stoff nicht ausgeht das sagt mir der stoff eine klasse ich glaube das sieht scheiße aus überhaupt ich würde empfehlen machst du eine krone drauf in der du wohnst das wäre nice aber das sieht auch cool aus ich finde es sieht um ein schluss aus da fehlt aber noch was jetzt brennt er das bestimmt an keine ahnung das sieht aus wie ein geköpfter typ auf einer streckbank passt so soll es aussehen wahrscheinlich wenn du hier von der mitte noch ausgehen welche machst und dann vielleicht noch hier weiter führst und dann keine ahnung frag mich nicht wie auch so ein geköpfter typ auf einer streckbank ja Max du warst ja dabei wir hatten das ja letztens foltermethoden oooh mach ich dir eine seite auf und lese nur die namen von den foltermethoden doch auch ja und die die komisch klingen die 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 liebte dann ganz vorher wir sind aber kurz durch ja das müssen wir machen das muss man auch mal machen ratten so auch mal machen ratte bitte batte ja das kann man später einfach ratte ist oh mein Gott so wird es nicht wissen was ratte ist ich hatte ja mal so ein Referat über foltermethoden gemacht da waren auch ziemlich eckrafte dabei ziege kracht ja oder warte die leckende die schleckende ziege oder so hieß das eine oralbirne marginalbirne analbirne alter also vorstellen wie das Video soll ich ab 18 werden so ein Spreizer und so anderen Begriffe muss man kennen ratte ratte benutzt die Gegenstände ein Eimer eine Ratte ein Menschen und ein Feuerzeug oh Gott ach ich will nicht wissen was ihr hier macht eine Klasse ist das gemeint hier noch welche hin tun also an welchen Stellen einfach irgendwo noch durchziehen also noch so ein bisschen mehr als wenn wenn ich guck guck noch mal da dann da dann wo jetzt geht das wird er nicht mehr die gehen ja so hilft mir ein Traum vielleicht jetzt ja ja genau hier so an der Seite noch so zwei durch vielleicht ja genau so oder oder so ja wie dann sind es mehrere Menschen auf einer Folterbank oder eine ein Oktopusse 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 ja kennst du voll von Little Britain nicht wo sind die Oktopusse oktopusse na ja genau komm ich mag es mir helfen was ja hol mal jetzt was machst du jetzt eigentlich gerade im Zaun oder was ja immer noch die Mauer erstmal fertig Oh mein Gott, er fängt schon mit dem Zaun an. Also das ist echt richtig krass, was er da gebohrt hat. Oh mein Gott. Da steckt bestimmt ne Menge Zeit drinnen, ne? Ja, aber...